Jo Freunde, was geht der Abonnent? Ich komme zu einem neuen Büfen hier. Heute erstelle ich mal ein Intro für Max, also für IstCoolKreis, man lasst uns einen YouTube-Kanal. Und wenn ich euch selber ein Intro erstellen soll, dann schreibt euren Namen in die Kommentare, damit ihr auch einen Intro habt für euren YouTube-Kanal. Und dann würde ich mir sagen, lasst das Intro für IstCoolKreis, man. Wir sehen uns heute noch, denn heute mache ich noch ein Video. Und tschüssi. Ja, schaut euch das an. Bis zum nächsten Mal.